Yo Leute, ich zeige euch heute mal, wie ich mein absolutes Lieblingsset ganz einfach upgrade. Und zwar mache ich das mit diesen Teilen hier. Und die werde ich quasi hier am Steg überall austauschen. Ich finde, das hätte auch von Anfang an dabei sein können. Naja, wir gucken gleich mal, wie es aussieht. So, ich habe das Ganze jetzt mal umgebaut. Und das sieht doch viel, viel besser aus als vorher. Wie gesagt, ich finde, für den Preis damals hätte das auch ruhig dabei sein können. Denn die Teile gibt es ja auch im Legoland, im Pick-a-Brick-Store, dort in der Lego-Fabrik, gibt es das ja auch en masse. Also schade eigentlich. Aber gut, ich habe es jetzt soweit geupgradet. Wie findet ihr das Ganze? Ich finde es viel, viel besser als vorher. Und ja, lasst doch mal ein Like da und abonniert den Kanal.